Eine Abteikirche ist ein christliches Gotteshaus, sie ist in aller Regel identisch mit der Kirche eines Klosters, dem ein Abt bzw. eine Äbtissin vorsteht. Abteikirchen gibt es von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen nur bei jenen Klöstern der alten Prelatenorden, die den Rang einer Abtei haben. Sonderformen Als Abteikathedrale bezeichnet man zuweilen eine Abteikirche, die auch als Kathedrale eines bistumsähnlichen Gebietes dient. Dem der Abt des Klosters zugleich als Territorialabt oder Abtbischof vorsteht. Als Abtei-Basilika bezeichnet man auch solche Abteikirchen, die zugleich den Titel einer päpstlichen Basilika meiner tragen. Punkt. Bekannte Abteikirchen Basilika Selkau, Selkau, Steiermark, St. Emmeram, Regensburg, Bayern. Klosterkirche Weltenburg, Kelheim, Bayern. St. Maria Himmelfahrt, Xanten, Nordrhein-Westfalen. Abtei St. Germain des Presses, Paris, Frankreich, Mont Saint-Michel, Limon Saint-Michel, Frankreich, St. Mauritius, Frankreich, Laurentius Gerg, Niederlande.